Boah, Takan-chan hat erstmal schön mit 720K Mal, geil! 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 Ich wollte in der Map. Ich bin festgemacht? Ich hab mich ja ungebracht. Geht schon. Geil! 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 Und ich... Ein pinkes Opfer, was? Was mit mir? Mit Zucker. Was mit Max ist? Der ist toll. Das ist Max. Max ist nicht toll. Max ist Hype! Hype! Was ist das denn? Kriegst du? Du kannst nur eine pro Turnier gleich bekommen. Nein, eine pro Tag. Ja. Da möchte ich aber nicht in meinem Leben machen. Ich kann gerade halbe Stufen hochlaufen. An manchen Stellen kann man halbe Stufen hochlaufen. Oh mein Gott. Ich finde das Scheißbild nicht. Warte mal, ich muss mal... Ich kann zwar schon tot werden, aber ich rede trotzdem. Taka, geh mal da runter. Ja. Doch da unten liegt... Da unten liegt echt was. Da unten liegt... Fuck you. Ach, komm! Mann, Takan! Okay. Ach, Mann! Komm mal auch runter, komm mal auch runter. Äh, Max, da oben darf man nicht hin. Komm mal auch runter, Takan. Okay, ich komme. Ich... ich mach mich nicht bewegt seitdem ich gespawnt bin. Oh, okay. Komm mal runter, komm mal runter. Hier runter. Komm mal. Ganz, ganz oben auf dem Tower, ja. Ja, ganz, ganz oben, aber... Nein, bleib hier unten. Ich will keinen Schaden bekommen. Ja, 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 okay. Ich glaube, minimal Fallschaden. 70. Ja, minimal. Nein, das Schildi. Ich seh nur die Schnur von Graveling Hook. Dich seh ich gar nicht mehr. Ach, jetzt seh ich. Oh, jetzt hab ich 19 AP. Okay. Ich hatte gar nicht richtig Nerven kippt. Oh, ja, ja. Oder Tarkan. Wer auch immer vor euch beiden auf mich schießt. Ich schieß nicht, ich bin in einem Haus. Äh, hallo? Laut hier bist du tot? Okay, jetzt. LOL. Also doch. So, die Frage habt ihr Innova. Mhm. Fangen könnt. Fangen könnt. Judy, lebst du noch? Ach, scheiße. Bin ich dein Letzter? Hallo? Gamer? Hallo? Ja? Julian? Ach, den mag keiner. Oh Gott, den mag keiner. Warum fragst du nach dem überhaupt? Ja, echt nicht. Ähm. Da! Äh. Da ist die Tower. Da ist die Tower. Da war's, die Tower ist... Ja! Da war's! Da darfst du dich hoch! Oder? Oder wie sitzt du da? Der ist nicht genug... es hat jetzt eigentlich nur die Chatantie gemacht würde ich jetzt mal gucken vielleicht noch unterzuwerfen, oder? so, drei, sie sind froh, das machte eine Minute 30, habt ihr jetzt noch drei Minuten? oh, hi Fox okay, habt'n drei Minuten, der ist aber nicht im Channel, oder? ja, doch, der ist doch von der Joint ja, war der denn? wir sind ja in die Channel, aber von der Runde wein ich doch nicht, als ich dazuhöre oh, Wollt ihr sagen, dass Fox drin ist, aber ich war toter, wollte ich nicht sagen da hinten warst du ich war ein Tierzeit auf den Drachen drauf ich wollte nicht gerade eigentlich umbenennen, in Shadow Last Build damit ich mich auch fähre hä, okay, der Headshot, der war unabsichtlich, aber wirklich ich wollte eigentlich auf das Hausstraat schießen oh Mann Gamer, du warst eigentlich voll drauf ich würde übrigens auch vorschlagen, dass, wenn wir tot sind, wirklich gar nichts sagen also auch gar, also wirklich nichts außer Lachen das sah witzig aus, wie du weggeflogen bist, Max irgendwie mögt sich richtig gerne die Zeilen ins Pistol, keine Ahnung warum die ist eigentlich, die ist eigentlich voll scheiße die ist eigentlich voll gut, die macht auf dem Headshot die Schaden das geilste ist, wie steht die auch noch irgendwie sind alle, wie ich keine Ahnung Julian, wie bist du gestorben, das hab ich nicht mitbekommen Tarkan hat mich, ich wollte Tarkan, ich wollte, dass Tarkan in dieses Loch geht, wo man nicht mehr rauskommt dann hat er mich reingeschubst und dann hat Tarkan mich mit einem Headshot getötet okay, dann hätten wir einfach Julian undringen müssen ganz am Ende so was man verdient Tja, aber ich fand Taki Tarkan, bist du am Ende gestorben? Tarkan ist gar nicht gestorben Huck runter, aber es hat sich irgendwie nicht... HALP, 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 HALP Jörn, ich versuch dich von da oben runter zu noskopen Es gibt ähm, guck mal, hat den trocken gehörte Rune Mute dich mal im TS oder so, wenn du... Yo, du hast dich getroffen, lass it HALP Lass es, Schildi HALP 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 Hä, was hast du für... Nein, du hast den Scheiß, weh Ja, echt mal, jetzt muss man dafür eigentlich umbringen Das ist... Ah, Schildi Ha! Katori Katori, ich zuck da Hm? Katori ist es? Jaaa, was ist? Er, Flo ist es, ich hab nämlich gerade von oben zugeschaut Wo, wo denn, wo? Ist der dahinten? Ja, Rage Ben, Rage Ben ist es Ja Flo ist es, Flo ist es, Flo ist es Ey, du bist doch Flo Okay, damit ist jetzt schon mal ausgeschaut, also damit ist Fox auf jeden Fall proven Da bist du ja Wachsamich wenn es Tarkan und die Europeans sind für mich Boahooo I HANG nur für mich du Pfosten Nein, 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 Nein Aua Wo ist er denn? Aua, hör auf persu Wo ist er denn? Der ist bei... der ist bei... ahm... Nehm... Nehm... Nehm ins Haus Nehm ins... Eishaus Schneehaus Delei genau die laser ich hatte ich hab den vor augen ich hab den namen vergessen nahti hast du es auch noch? hab ich doch gewusst wasser getroffen ah verdukter Hedgehog vor dems knie ui was hat den fein jetzt ernsthaft an oh maaan coole leiche die Bruder Wassergymnastik macht ich bin grad runter wie das einfach nicht runter geht von wo? jetzt hab ich nicht aufgepasst scheiße mit dem schild der schild jetzt hat Nein, ich fliege runter! Jaaa! Halt, ich tauffe meine... Da kann ich nicht durch, Wolbang! Ist nicht kontor Scheik... Ich weiß´, also ich hab gedacht ich mach das Glas aufschliёseln! Mümümümümümüm PI Software Mää m Understanding Da, 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 da! Da, 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 da! Da, 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 da! 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 Oh! Nein, der kann ja auch schießen! Verdammte! Gibt's hier nicht irgendwo ne gute Waffe? Was ist das, ne M16? Vielleicht die Shotgun nicht weggeschmissen hab, aber mit der Hinsichtung kann man besser auf Fettkampf spielen. Ach, man, ist das anstrengend, ey. Ist das belastend? Ja, Max, steh auf dem Glas und schieß durch! Mach ich! Ja, komm! Oh nein! Oh scheiße! Oh scheiße! Okay! Steh auf dem Glas und schieß durch! Halt deinen Maul! Wär aber lustig, jetzt schießen! Halt deinen Maul! Halt deinen Maul! Halt deinen Maul! Halt deinen Maul! Das wär echt geil gewesen, alter! Halt deinen Maul! Halt deinen Maul! Gäme mal jetzt noch gestorpt hätte! Der hätte mich fast noch gestorpt, wenn ich jetzt nicht irgendwo hingegangen wär. Naja, hab ich gemerkt! Boah, ist das jetzt so geil gewesen! Vom Schal, dass es doch nicht geklappt hat, dass Max sich selbst durchgeschossen hat! Wollte ich doch nicht! Weißt du, weißt du, ich, 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 ähm, weißt du, ich denk mir, der ist doch noch da hinten, weißt du, wo ist der Punkt weg? Guckt doch nach unten! Ah, nein! Ne, meins! Wenn du, was klemmt, weißt du, ist das erste Ding, du hast auch die Gelegel, hast du die Gelegel? Ne, Milch! Ja, hab ich! Jetzt brauch ich nur eine gute Maul-Waffe, dann tauschen! Nein, ich, habe ich, habe ich, habe! Morgel liegt auch da aus, einfach! Mach ich, doch das ist einfach! Da, ich, mach ich! Also, die, äh, also gleich die Gelegel will ich schon, äh, äh, da kann... Pamm-Schrotz! Pamm-Schrotz und die Gelegel gegen, äh, die Dings! Okay, flip! Gib! Ja, diegel noch wieder! Warte, erstmal auf.... Oh hier ist eine Pappschrotze Ich hab keine Du hast doch deine Hand Ne, das war die normalen Oh hier liegt auch mal, wo 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 Die lässt Turm, hier unten drinnen, hier liegt noch eine zweite Sweet green, oh, 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 ah, oh, oh Ah, Moment doch, das ist doch... der eine reine fähig der ehrl nicht ertrinken ich habe Angst vor Julian warum die ich nicht ertrinken und dann weil ich gerade den Turm aufgebe und man ertrinken kann achso nein ich bin aus dem Turm rausgegangen ist so ich bin der Rechte ich bin der Rechte ich bin der Rechte ich bin der Rechte ah diese Waffe hat ich jetzt drin was geschossen wird geschossen nach oben ich schieße es um ich habe gerade mit der Sniper geschossen darf man Richtung Turm ne nicht Richtung Turm ne ist das Skuturi ne es ist Rage Bun achso nein du bist da oben sorry ich habe nur auf die andere Gleise geschossen wir wollten nur gucken ja ne ähm und die Evidence sagt mir mal dass es gerade von den Blutspuren lautig sein könnte Kuturi hat den gebraucht Kuturi hat den gebraucht Kuturi hat den gebraucht warum Blutspuren Kuturi achso die Blutspuren na ok ja das war es war Kuturi aber aber ich habe nicht immer wusste dass die Blutspuren sind wie bist du hier hochgeguckt ich war schon die ganze Zeit hier oben ernst da hat jemand geschossen da hat jemand unter mir jemand das Glas weg geschossen ja Max hatte eine normale Sniper ich habe eine Autosniper ja aber ich habe auch nicht geschossen ja 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 ich habe die Bitsch getötet nein ich habe Julian getötet oh du wirst Theon wird weg also so kann ich ok 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 bin ich der Letzte meiner Meinung nach ist es Max ich leb noch du lügst noch ja das ist genau so warte es wurde gesagt es wurde mit einer Sniper auf das Glas geschossen mit einer ganz normalen ich habe eine Autosniper Max hatte eine Sniper oder was hat die Jörn für eine Waffe Gott gar nicht haben die ich bin es noch nicht ich habe nichts getan äh Flo der ist beim Drachen nein bin ich nicht äh nein der zeigt nur mein Radar die finden mich niemals die finden mich niemals schnell verdammt oh mein Gott nein oh 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 ok ich habe fast gestorben ja ich finde Flo also auf das Glas habe ich geschossen mit einer Dicke ich auch weißt du ich verstehe auch nicht warum das die Sniper auf den Scope hat warum warum was den Scope hat ich weiß ich ziehe so richtig sauber auf warum auch man weißt du dass Coturi sogar ein Pummshot kann Schuss in den Kopf überlebt wie viel AP hatst du noch Coturi sieb oh no kannst du mal sterben ein Pummshot kann Schuss in den Kopf oder überlebt überlebt bis zum nächsten Mal